Dann hoffe ich mal, dass ich hier drin... Willkommen zurück. Wie du siehst, hat sich ein weiterer Zeitspalt geöffnet. Das melde ich der Kaioshin der Zeit. Könntest du zur Zeitkammer gehen, wenn du bereit bist? Ich komme später dazu. Verstanden. Dann bis später. Ich denke mal, das müsste das DLC sein. Ich bin bei den ganzen Sphären drücken... Keine Ahnung. Ich dachte, die beiden wären andere DLCs. Ich bin sehr froh. Ich habe keine Ahnung. Es ist tatsächlich ein neues Sphären. Das ist ja! Ich glaube, dass F.U. wieder etwas verabschiedet hat. Ah, es erwähnt auch keiner im Spiel, dass das der Spalt ist. Ich denke mal, dass F.U. wieder etwas verabschiedet hat. Ich bin der Stil für F.U. wieder etwas verabschiedet. Ich muss mich gegen die Zeitkammer zu beteiligen. Ich möchte auch die Zeitkammer zu beteiligen. Das war's für heute. Endlich können wir die Story fortsetzen. Endlich können wir uns wiederholen. Hey, hier ist es危險! Geh auf! Gojiita! Ich werde dir deine Kraft ein wenig. Ich habe es verletzt. Was? Was? Ah, wie viel die Geschichte verändert werden kann? Ich bin froh, ich bin froh! Wir müssen ihm helfen! Alter, wie viel Leben hat der? Oh, das war der falsche Knopf. Der Mann hat das nicht mehr, aber das ist nicht so wichtig. Ich weiß nicht, aber du bist auch nicht. Der Mann hat das, was Gizita-Gültel zu verabschieden. Das ist ein Foto, wie viel Leben hat der Foto? Ich habe immer wieder die Foto-Gültel-Gültel-Gültel-Gültel-Gültel-Gültel-Gültel-Gültel. Okay, dann halt Super-Serge in Gott. Ich finde den einfach irgendwie besser als die Blue-Version. Sonst hätte ich die Blue genommen, aber Blue ist... Dann geht das Key flöten. Dann kann ich keine Ult auslösen. Wie kann ich das machen? Hora, hora! Da sind sehr starker Saiyajin. Ich möchte euch auch fighten. Guck mal, was ist... Hä? Warum? Warum seid ihr da? Hora, Hora! Ich habe keine Ahnung, Hora! Hora, ich habe keine Ahnung, Hora! Ich habe keine Ahnung, dass ich die Energie habe. Ich denke, dass ich die Geschichte verbessern kann. Ich habe keine Ahnung, dass ich die Geschichte verbessern kann. in der klasse nach der mose die johkönig ansteckte aber ich fand das schon ich finde das schon cool, dass sie Caulifla ins Spiel reingebracht haben und jetzt die beiden mich würde es aber nicht wundern, wenn sie hinterher noch die normale Fusion mit Fusionstanz reinbringen würden so Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, Jiren! Was passiert hier? Uuuuuuuuuuuu. Was macht er da? Geschafft Das war gute Arbeit Jetzt müssen wir uns nur noch um diesen Zeitspalt kümmern Dann ist die Mission abgeschlossen Oh, da fällt mir was ein Der Kanshin der Zeit hat mich gebeten Dich zur Zeitkammer zu bringen Falls ich dich sehe Gehst du jetzt zur Zeitkammer? Ja Verstanden, sei vorsichtig da draußen Gehst du jetzt? Gehst du jetzt? Gehst du jetzt?